In diesem Video erkläre ich, was ein Androianer ist und warum ich diesen Begriff geprägt habe. Weil der Personalmangel in der Pflege immer größer wird, bin ich überzeugt, dass wir schon in den nächsten zehn Jahren die ersten Pflegeandroiden im Alltag erleben werden. Angesichts des Pflegenotstands sehe ich darin die einzige realistische Chance, die Versorgung langfristig zu sichern und allen Menschen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Der Begriff Androianer beschreibt den Menschen, der von einem Pflege- oder Assistenzandroiden mit künstlicher Intelligenz rund um die Uhr unterstützt wird. Ein Androianer ist kein passiver Pflegeempfänger, sondern die zentrale und entscheidende Person im Mensch-Androiden-System. Er bestimmt selbst, was der Androide in der Pflege oder im Alltag tun darf und wie weit körperliche Unterstützung gehen soll, solange dabei keine rechte Dritter verletzt werden. Der Androianer gibt die Richtung vor. Er steuert, kontrolliert und erlaubt. Der Androide führt diese Anweisungen nur aus. Präzise, neutral und ohne eigene Absichten. Ein Androianer dagegen steht für Selbstbestimmung, Kontrolle und Verantwortung. Er nutzt Technik nicht, um sich abhängig zu machen, sondern um aktiv zu entscheiden, wie sein Leben gestaltet wird. Ein Androianer ist also ein Mensch, der seine Assistenz mit Hilfe künstlicher Intelligenz selbst gestaltet. Bewusst, sicher und selbstbestimmt. Die Verantwortung bleibt dabei immer beim Androianer. Er entscheidet, was geschieht und wann es geschieht.